jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich habe mir mal überlegt ich bestelle mir auch mal so ein wish auspuff für ah ja danke dafür ich habe mir überlegt ich bestelle mir auch mal ein wish auspuff so für glaubt 20 oder 30 euro hat er kostet und jetzt ist er gerade gekommen wird sage ich mache den einfach mal auf also ich habe jetzt selber noch nicht reingeschaut und ja gucken wir mal wie es da drin aussieht also so sieht der auspuff aus das sieht einfach eine verarbeitung ja echt gut aus ist halt echt extrem klein und ja dann haben wir hier noch so so schnell hier sind dabei und so ein verbindungsrohr hier dabei und ich würde sagen ich schraube das ding mal hin und dann checken wir mal ab ob das gut ist ob das gut aussieht ob das passt und ja also leute der auspuff da steht ab wie man hier sieht heute ich würde sagen hat jetzt mal das das ding an ohne auspuff mal gucken wie laut das ist hört sich an wie ein traktor ja ohne auspuff ist mega krank laut und ich würde sagen ich habe jetzt einfach mal ein anderer auspuff drauf und dann sehen wir mal wie der sound ist ja leute der auspuff ist dran man sieht es auch hier erst echt verdammt kurz aber ich finde es sieht richtig gut aus also kurzer auspuff und so sieht schon sexy irgendwie aus also man sieht den halt gefühlt hier gar nicht aber wenn man hinten rein guckt ist er jetzt dran das schwarz passt echt gut dazu man sieht halt wirklich gar nichts im auspuff und und ich würde sagen ich mache jetzt mal an ich habe jetzt die weg gerade noch drin den machen auch aus und ich zeige euch jetzt mal den sound wenn das motorrad an ist also mit mit von der lautsteiger her finde ich das voll klar geht also leute der auspuff ist jetzt dran der db-küller ist drin ich finde es extrem schon laut ohne scheiß also hat echt schon ein gutes sound so jetzt hören wir einfach mal also der sound ist echt richtig gut also für für den preis und so der klang ist echt richtig geil ohne witz aber ist halt nicht legal also mal hört ist selber, der Sound ist echt brutal, Leute, ohne Scheiß, wenn der Auspuff legal wäre, der Sound wäre einfach mächtig, ich muss euch das zeigen, also ich denke, der Auspuff, der stinkt halt noch, weil er echt neu ist, okay, hier kommt schon irgendein Zeug mit rausgeflogen, und, ja, wie gesagt, also der Sound geht echt gut klar, also das ist jetzt noch mit DB-Küller, wie ich gesagt habe, also ich glaube, ich habe jetzt für den Auspuff, es gibt ihnen verschiedene Farbe zu kaufen, ob es titanisch ist, oder, ich packe euch den Link einfach in die Beschreibung rein, falls ihr den kaufen könnt, wollt, was ich euch nicht tragen, ich zeige euch das jetzt nur mal, was von Sound man eigentlich aus der SMC rausbekommt, soviel zum Thema, man bekommt keinen Sound raus bei einem Euro4, das ist einfach dummes Gelaber, ihr hört selber, ich mache jetzt gleich mal den DB-Küller raus, und dann, Leute, dann wird es richtig scheppern, denke ich mal, dann wird es eklig laut, jetzt mache ich hier nochmal einen schmackigen Wheelie, was halt auch extrem geil ist, finde ich, da jetzt ich ja mit dem Quickshifter und so Schalter kann, und Sound habe, ich kann jetzt mal schalten, das hört sich so sexy an, Leute, das hört sich so sexy an. Es wird Zeit, dass ich mir auch wieder einen Auspuff hole, ich weiß nur noch nicht, was für einen, der auch Sound hat, ich vermisse es so einfach, ich vermisse den Sound so hart, und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal den DB-Küller raus, und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, Leute, jetzt, jetzt scheppert es ordentlich, das kann ich ja versprechen, Alter, oh mein Gott, ist das laut, ich fahre, ich gebe nicht mal Gas, wenn ich das Gas aufdrehe, hört mal, da vibriert es mir, der Ohrschmalz weg, Mann. Junge, ist das laut, jetzt mach mal ein Wheelie, jetzt wird es eklig. Oh mein Gott, oh mein Gott, also Leute, das ist einfach zu heftig, aber ihr seht selber, es ist gar nichts mehr drin, und man sieht selber schon, wie seitlich die ganze Wolle alles aufbrennt, also, das Material ist echt nicht gut, ich würde sagen, erst mal Soundcheck. Einfach zu krank, Leute. Also, ohne DB-Küller kann man echt mit dem Ding eigentlich nicht rumfahren, das ist ja so laut, ohne Scheiß, es ist so abnormal laut, also, jetzt habt ihr mal gesehen, Leute, der Wish-Auswurf, er macht echt einen krank guter Sound, muss man sagen, er scheppert ordentlich, und man sieht sogar, ich hab einfach gar keinen Auspuff dran, man sieht das ganz minimal, und ja, das sieht einfach aus, als hätte ich gar keinen Auspuff dran. Auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, ist, der Auspuff, der scheppert abnormal, ohne scheiß, also, für so eine Scheiße, was ich schon wieder mache, müsst ihr mindestens ein Like da lassen, ich würde mich echt über jedes Abo freuen. Jetzt noch hier ein schmackiger Wheelie. Aber man hört schon die Zündaussetzer, aber ich muss sagen, ohne DB hat das Ding irgendwie viel weniger Leistung, jetzt ohne Scheiß, wenn ich hochziehe, ich merke das richtig, wie einfach die Leistung mir fehlt, von dem Standardauspuff, zu dem Auspuff. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach wieder nächste Woche. Peace! Outro 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 Outro